Was wir jetzt dazu brauchen ist ein bisschen Knoblauch, das wollte ich Ihnen mal zeigen, deswegen habe ich es noch nicht vorbereitet, wo man schnell mal ein paar Würfel macht, das ist einfach mal, drückt sie mit der Dings drauf und dann ist er gleich kleine gehackt. Würde ich sagen, geht schneller als mit der Presse. So, jetzt haben wir unsere Pfanne hier. Vielen Dank.